Die jüngsten Vorfälle im Berliner Bezirk Friedrichshain beschäftigen derzeit die Politik. In der Nacht zum Sonntag war hier eine Kundgebung von Linksautonomen eskaliert. Die Berliner Polizei sprach von der gewalttätigsten Demonstration der zurückliegenden fünf Jahre. Eine Einschätzung, die der Berliner Innensenator Frank Henkel von der CDU teilt. In der Tat, das was wir am Wochenende erlebt haben bei der Demonstration in der Nacht von Sonntag kann man als neue Qualität bezeichnen. Der Polizei ist von Anfang als Hass entgegengeschlagen. Eine polizeifeindliche, aggressive Stimmung, wo selbst erfahrene Polizeiführer gesagt haben, das haben sie lange nicht erlebt. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Einsatz über 120 Polizisten verletzt. Henkel hatte die Polizeieinsätze rund um ein besetztes Haus in der Rigaer Straße in den vergangenen Wochen verstärken lassen. Daran werde sich zunächst nichts ändern, sagte Henkel. So wie in der Vergangenheit. Die Polizei wird angemessen auf Lagen reagieren. Und sie wird sich vor allem nicht unter Druck setzen lassen, politisch von keinem übrigens. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, verurteilte die Gewalt vom Wochenende und forderte Gespräche zur Deeskalation der Lage. Erster Punkt, es muss friedlich ablaufen. Zweiter Punkt, es muss Gespräche geben. Und dritter Punkt, ja, auch die Polizei muss tätig werden. Dass die Polizisten und Polizistinnen das an diesem Wochenende nicht geschafft haben, ist also beides. Auf der einen Seite fehlende Gespräche und auf der anderen Seite offensichtlich auch nicht besonders erfolgreiche Polizeiarbeit. Die richtige politische Strategie im Umgang mit dem Problem dürfte in Berlin ein wichtiges Wahlkampfthema werden. Am 18. September wird in der Hauptstadt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Am 18. September wird in Berlin ein neues Abgeordneten zu erheben. Am 18. September wird in Berlin ein neues Jahrhundert gehalten. Untertitelung des ZDF, 2020